So, die Bewertung ist auf jeden Fall gut, hat Unge kommentiert, also ja gut, also anscheinend ist er nicht schlechter geworden, wir schauen einfach mal rein, was dabei rauskommt, wir wissen es noch nicht, schreibt in die Kommentare, was ihr denkt. Wie ihr am Titel erkennen könnt, geht es heute um Unge. Er wurde erstaunlich oft für 5 YouTuber, die schlecht geworden sind, vorgeschlagen, doch hat er sich wirklich verschlechtert, nur weil er sein Content umgestellt hat? Ich sehe, wo der Gedanke herkommt, bin da aber etwas anderer Meinung, aber erstmal von Anfang an, wo sollte man auch sonst anfangen? Unge ist ja mehr oder weniger durch Minecraft bekannt geworden, natürlich hat er auch Vlogs gemacht, aber ich denke, die meiste Bekanntheit hat er wirklich durch seine Minecraft-Karriere bekommen. Klar gab es noch Longboard-Tour und die Mediakraft-Sache, aber zu dem Zeitpunkt war er ja schon bekannt. Mittlerweile ist er komplett auf Reactions umgestiegen. Ich habe mich in der Vergangenheit gegenüber Reactions ziemlich schlecht geäußert, aber Meinungen ändern sich. Versteht mich nicht falsch, ich bin prinzipiell nicht für solche Videos, aber man muss da differenzieren können. Es gibt zum einen Reaction-Kanäle wie El Margo, Rebecca Wing, Marky und noch viele andere. Ich habe einen hier rumgespielt, ich habe einen hier rumgespielt. Um dann sagen zu können, ob Unge jemand ist, der auf der negativen oder positiven Seite steht. Das Hauptmerkmal von schlechten Reaction-Youtubern ist halt, dass sie primär auf amerikanische Trends reagieren. Diese gehen gerade möglichst viral und damit sie die meiste Revenue da rausholen können. Das erkennt man an verschiedenen Faktoren. Zum einen sind die Titel immer reißerisch gestaltet und man muss sie nur eins zu eins. Naja, ich meine, ob das jetzt die schlimmste Art ist, würde ich jetzt so nicht mal unterschreiben, um ehrlich zu sein. Also er hat natürlich recht, es gibt natürlich auch so Leute wie zum Beispiel einen Pharao oder so, der damals halt einfach auf virale Videos so ein bisschen reagiert hat mit so Clickbait-Titeln und so. Ist aber die Frage, ob das wirklich viel schlechter ist, ob das jetzt international oder national ist. Ich meine zum Beispiel ein Unge oder so, der reagiert ja auch eigentlich nur auf Videos, die ja auch oder oftmals oder was er auf jeden Fall hochlädt, die auch so ein bisschen viral gegangen sind, hat man ja auch gerade hier bei dem Screenshot gesehen. Also er macht das Gleiche halt im deutschen Bereich. Und gut, das sind ja keine Challenges oder so oder Unfälle, die da gezeigt werden, sondern halt wirklich Videos, teilweise mit Inhalt. Aber Inscope, Master Scorpion, gut, den kenne ich nicht. Nicht lachen von Unsympathisch TV, Rezo, Aaron, Gurkensohn. Also das ist halt eigentlich das, was in Deutschland so abgeht, darauf reagiert er halt. Ob das jetzt englische Trends sind oder halt auf die Videos, die in Deutschland abgehen, weiß ich nicht. Macht für mich jetzt ehrlich gesagt keinen Unterschied so. Aber mal gucken. Englisch angeben, um die Originalvideos zu finden. Meistens sind die Originalvideos traurigerweise nicht verlinkt. Das ist auch so ziemlich einer der größten Kritikpunkte. Die Thumbnails sind ebenfalls immer übertrieben und zeigen meist gar nicht das, was im Video gezeigt wird. Als Beispiel nehme ich ein Thumbnail von Markis Achterbahnvideo. Man sieht da was absolut unrealistisches drauf und natürlich passiert es dementsprechend auch nicht im Video. Ist halt nur Klickfang. Oder fast alle Videos von El Margo. Warum die Videos reißerisch gehalten sind, ist klar. Übertreibung ziehen Leute an. Gerade Fans von Kanälen, die meistens eher weniger reflektieren und hinterfragen. Das ist halt der eine Grund. Der nächste ist, dass sie fast immer die Thumbnails der Originalvideos nehmen und da lediglich ihre Fresse drauf klatschen. In Emoji App Stil. Danke, Jeff. Meistens wiederholen sich diese Diverse-ähnliche Mimiken auf den Thumbnails. Wäre ja auch Arbeit, sich da mal Mühe zu machen. Ein weiterer Punkt ist, dass man meistens gar nicht erkennt, dass es Reactions sind, weil es nirgendwo hingeschrieben wird. Aufgebaut sind die Videos immer gleich. Als Universalbeispiel dafür nehme ich wieder El Margo. Spezifisch das Video, wenn Bloody Mary Challenge plötzlich klappt. Ihr kennt ja dieses Bloody Mary Ding. Nachts. Was ist das eigentlich für ein dummer Titel, Alter? Ja, wenn das dann auf einmal doch klappt, ja, damit hat keiner gerechnet, aber es geht doch bei einem... Mit ein paar Kerzen dreimal Bloody Mary. Spiegel sagen und die alte Vogelscheuche soll hinter einem erscheinen. Glaubt niemand dran. Jeder weiß, dass es nicht funktioniert. Trotzdem hat man Schiss, wenn man das gemacht hat. Im Thumbnail zeigt er eine Bloody Mary im Hintergrund und im Titel steht, dass Bloody Mary plötzlich geklappt hat. Das erste, was man sieht, wenn man auf so ein Video klickt, ist das links, das Originalvideo ist und rechts der Reagierende. Natürlich muss man am Anfang immer ein... Dieses Thumbnail. Ich muss mich darüber nochmal ganz kurz aufregen. Dieses Face. Ey, Junge, wie gern ich da meinen Penis einfach nur reinstecken würde. Ich so, ach... Das erste, was man sieht, wenn man auf so ein Video klickt, ist das links, das Originalvideo ist und rechts der Reagierende. Natürlich muss man am Anfang immer ein in diesem Video einblenden, um die spannendste Stelle anzuteasen und die Zuschauer auf dem Video zu halten, damit die meisten nur knapp über 10-minütigen Werbeschaustellungen komplett geschaut werden und man möglichst viel Ad-Revenue rausholt. Die Videos sind meistens komplett overacted und erfüllen in 99% der Fälle nicht das, was versprochen wurde. Aber das ist auch egal. Während der Zuschauer in dem Video versunken ist und gespannt auf den Anfangsmoment wartet, ist alles drumherum schon vergessen und ehe man sich versieht, ist das Video auch schon vorbei. Ich hab das Gefühl, dass die Zuschauer prinzipiell nicht wegen dem Reaktor da sind, sogar wegen den eigentlichen Videothemen, was es nochmal schlimmer macht, weil die meistens nicht erfüllt werden. Das ist so ziemlich der Aufbau eines jeden Reaction-Youtubers vom Schlag, Ami-Trends ausnutzen. Rebecca Wing ist da nochmal etwas Besonderes. Sie ist ja bekannt geworden durch ihre WhatsApp-Chats, WhatsApp-Pranks und was weiß ich. Die auch immer, man da bin bekannt. Ja gut, also ich weiß nicht, was wollte ich jetzt gerade sagen? Ich sag mal, Unge reagiert ja schon anders drauf als zum Beispiel so ein, wie heißt der, Margo? Margo TV? Ach, keine Ahnung, irgendwie Bastard auf jeden Fall da. Der reagiert ja schon anders drauf, weil Unge bringt ja schon so seine eigene Meinung mit rein und so. Und bei den anderen geht es ja wirklich nur darum, ja, halt eigentlich nur das Original-Video nochmal neu hochzuladen und ein bisschen so zu tun, als wenn man jetzt ein bisschen Freude zeigt oder ein bisschen wütend ist und so. Also ich finde, die kann man nicht unbedingt miteinander vergleichen, beziehungsweise das, was Unge macht, macht oder wird ja nicht besser, nur weil es andere schlechter machen, finde ich. Deswegen verstehe ich das Video bis hierhin noch nicht. Eigentlich sind es ja auch nur Reactions aufgeschriebene Nachrichten und die Leute feiern es, zu Tode. Dass meist nichts Produktives dabei rumkommt, wie bei fast allen YouTubern von dieser Sorte, juckt niemand. Gerade die jungen Zuschauer nicht. Und wenn man darauf aufmerksam macht, gibt es aber richtig Ärger. Zum Glück gehört Unge nicht zu dieser Art, sonst wäre er definitiv schlecht geworden. Ich erläutere auch kurz, wie seine Videos aufgebaut sind. Die Titel und Thumbnails sind so, wie es sich für einen Reaction-YouTuber gehört. Man sieht das, worum es auch wirklich geht, im Hintergrund und es ist nichts dazu gedichtet worden. Ach Bruder, ich habe auch nichts gegen Unge. Also mir ist es egal, ich habe auch da gar nichts dagegen, dass er diese Videos macht. Ich persönlich finde es halt ein bisschen schade, dass er halt wirklich so seinen komplett eigenen Stil einfach weggeworfen hat und nur noch reagiert. Weil ich finde es zum Beispiel in Ordnung so, ich meine, ich mache das jetzt zum Beispiel auf dem, ja, theoretisch auf dem 5-Kanal. Zip-Datei, danke für den Euro. Ja, nee, warte mal. KuchenTV, Eikuchen, Tim aus BS und mein Gameplay-Kanal. Ja, okay, ich mache es, ich lade quasi auf meinem 5-Kanal, lade ich halt diese Reactions hier hoch. Und das finde ich halt noch so in Ordnung, mal abgesehen davon, dass ich das Geld ja nicht behalte, aber, ähm, mache ich das halt auf dem 5-Kanal. Das ist halt nicht mein Haupt-Content. Ich finde es halt ein bisschen schade, dass Unge spielt wirklich nur noch Reactions macht so. Ich meine, im Endeffekt, wenn alle sterben und nur noch Unge da ist, an YouTube so, dann hat der einfach kein Content mehr. Finde ich ein bisschen schade, wenn man seinen Content halt wirklich nur darauf setzt. Aber ansonsten habe ich halt auch nichts gegen die Videos, ne, also, ganz selten bin ich halt auch mal im Stream dabei, dass man mal so ein bisschen reinschaut und so, ne. Hey, der macht auch Gaming, wo denn? Das habe ich gar nicht auf dem Schirm. Dann nicht wirklich sehr, doch, der in Streams manchmal, ne, spielt der noch. Stimmt, World of Warcraft, okay, ja gut. Ja gut, neu gelebt, macht der da noch was? Ich habe neu gelebt, habe ich damals abonniert, habe zwei Videos geguckt, aber dann war es mir irgendwie nicht spannend genug. Neu gelebt, okay. 13 Videos, ja gut, das letzte vor zwei Monaten. Also schon mal nicht. Ähm, umgespielt. Jetzt mal, das ist halt Dings. Das ist umgespielt. Ähm, ja gut, er lädt auf jeden Fall nur Dings hoch. Oder halt hier einmal unangenehme Fragen, während sie Shakes und Fidget spielen. Was ich auch mal eine Woche gespielt habe, aber dann war es irgendwie langweilig. Ähm, ja, aber er lädt halt nur hoch, ne. In den Streams zockt er schon noch, das stimmt. Ich glaube, die haben auch World of Warcraft letztens gezockt, oder nicht? Ich gucke mal hier rein. Haben die hier nicht gezockt? Ja, genau. Das ist World of, ne, das ist nicht World of Warcraft, ne. Gut, aber ich meine, hochladen tut er halt nur andere Sachen. Titel enthalten ebenfalls das Versprochene und es wird klar gekennzeichnet, dass es sich um eine Reaction handelt. Das Einzige, was ich echt fishy fand, ist das Thumbnail von ungetestet, welche YouTuberin zu mir passt. Das ist halt wirklich sehr catchy gehalten. Aber ist ja kein Konsens bei ihm, deswegen kann ich nochmal darüber hinwegsehen. Die Videos, auf die er meistens reagiert, sind immer recht weit oben in der Beschreibung verlinkt. Das ist schon wieder was, was er besser macht, als die common reaction YouTuber. Wie gesagt, ist das eigentlich nichts, was man loben müsste, weil es selbstverständlich sein sollte, aber die meisten machen es halt nicht. Er reagiert zwar meistens auf Themen, die gerade sehr viral gehen, bzw. lädt die hinterher hoch, aber das ist auch nichts, was man als extrem negativ betiteln sollte. Ich meine, wenn jemand richtig Mist baut und das gerade viral geht, sind wir Meinungsblogger auch die Ersten, die was dazu sagen. Ich persönlich kann mir einige Videos gut geben, andere wiederum nicht, kommt halt auf das Thema an. Aber seine Stream schaue ich halt generell echt gerne. Ich zähle euch jetzt nochmal die positiven und negativen Punkte auf und bewege dann ab. Was man definitiv als negativ werten kann, ist, dass Reactions halt nicht viel Aufwand benötigen. Aber sind wir mal ehrlich, wie viel Aufwand liegen zwischen Minecraft Let's Plays und Reactions? Du setzt dich hin, nimmst 15 Minuten auf und hast dein Minecraft Video. Dasselbe Spiel bei Reactions. Man muss ja nicht zwingend viel Aufwand in die Videos stecken. Klar, es ist immer gut, wenn die Videos visuell sehr gut gestaltet sind, aber ich persönlich kann mir auch mal so ein No-Brainer-Video gut reinziehen. Zum Beispiel beim Essen, wenn ich sowieso nicht sonderlich viel darauf achte. Ein positiver Punkt ist, dass die Videos halt unterhalten. Ich finde seine Art ganz nice. Er übertreibt nicht komplett, wie die meisten YouTuber, die solche Videos machen. Ist nicht langweilig. Perfekte Mittel machen. Ähm, wie findest du Hannover 96? Ja, naja. Auf jeden Fall abgestiegen, ne? Ähm. In die zweite Liga. Zumindest so gut wie. Noch nicht offiziell, aber eigentlich schon. Äh, ja. Also, dass sie keinen Aufwand benötigen, ist halt richtig. Es ist halt auch immer die Frage, ob man das jetzt wirklich als negativ oder positiv hinstellen kann. Ich meine, ich mache jetzt zum Beispiel auch Videos auf Eikuchen. Die haben jetzt auch nicht wirklich Aufwand so, ne? Wo ich dann einfach nur so ein bisschen quatsche. Ähm. Ist halt immer so die Frage. Ne? Also ich meine, Videos müssen jetzt nicht unbedingt aufwendig sein, damit sie jemanden unterhalten oder damit man die hochladen darf, ne? Sie müssen halt vielleicht in sich stimmig sein oder so, finde ich. Ähm. Ja, der einzige negative Punkt wäre halt, dass ihr halt wirklich sein Content auf den Content von anderen aufbaut. Aber, äh, wie er auch schon positiv angemerkt hat, also ich finde auch, das unterhält auf jeden Fall so, ne? Ich kann mir das halt auch gut geben. Wie gesagt, ich gucke solche Videos nicht. Deswegen gucke ich jetzt nicht alles. Oder vielleicht jetzt einen, ich sehe das halt mal, wenn meine Freundin irgendwie das am MacBook anmacht, weil die guckt das halt hin und wieder. Ähm. Da habe ich halt auch nichts dagegen, wenn das läuft so. Ne? Aber jetzt so von mir aus gucke ich das halt eher ungerne. Weil entweder ich will halt das Original-Video gucken oder ich will halt ungegucken. Aber so dieses Reaction-Ding, damit kann ich persönlich halt nicht so viel anfangen, muss ich sagen. War's halt. Ein weiterer positiver Punkt ist, dass er kleineren YouTubern zwischendurch hilft, größer zu werden, wenn er auf Sachen von ihnen reagiert. Ich habe schon einige Male gehört, dass er Leuten damit eher Klicks wegnimmt. Auch von vielen Meinungsbloggern. Ich kann diese Ansicht verstehen, aber halte es halt für Schwachsinn. Früher habe ich genauso gedacht. Mittlerweile sehe ich das aber aus eigener Erfahrung komplett anders. Unge reagiert ja zwischendurch auf meine Videos und dadurch habe ich halt gemerkt, dass einige dazugekommen sind. Man könnte denken, die Leute schauen sich das Video dann nicht mehr an. Mag vielleicht richtig sein. Aber wenn er ein Video anschaut und es seinen Zuschauern gefällt, tendieren die erfahrungsgemäß dazu, auf den Kanal zu gehen und sich andere Videos anzuschauen. Zum Beispiel bekommen Videos von mir, auf die er nicht reagiert hat, immer ein paar Aufrufe dazu, genauso wie Kommentare die Grüße von ihm ausrichten. Ich habe bestimmt schon 2000-3000 Abonnenten dadurch gemacht. Also kann ich den Punkt, dass er Klicks wegnimmt, nur widerlegen. Der dritte Position... Naja, es wird auch wieder die Frage natürlich, auf wen er halt reagiert. Also zum Beispiel auf mich hat er das ja auch gemacht. Und bei mir war das zum Beispiel überhaupt nicht der Fall. Auf was hat er reagiert? Mein Video-Days-Video. Ich weiß nicht mehr welches. 2017 glaube ich, wo ich auf die Bühne gegangen bin. Aber ohne, dass da auf der Bühne schon irgendwas war glaube ich. Und... Ne, auf mein Den installier dich. Genau, auf mein Den installier dich hat er zum Beispiel reagiert gehabt. Und da hat sein Video mehr Klicks als meins so. Ein paar Klicks sind dazugekommen, als er das hochgeladen hat. Aber das war jetzt nicht so krass, dass man jetzt sagen konnte, Oh, danke Unge. Sondern das Video ist ja generell relativ viral gegangen. Das erste Den installier dich. Deswegen hat mir das halt so gut wie gar nichts gebraucht. Auch an Abonnenten hat mir das an den Tagen, nachdem sein Video gekommen ist, das hat auch nichts gebracht. Klar, wenn er jetzt auf sehr kleine, unbekannte YouTuber reagiert, dem bringt das natürlich noch was. Ist natürlich klar. Weil ein Just Nero, der macht jetzt seit zwei Monaten aktiv Videos. Den kennen halt kaum Leute. Klar, wenn Unge jetzt darauf reagiert und sagt, Jo, der ist ganz geil. Ne, dann gehen da natürlich viele Leute rüber, weil die halt Just Nero nicht kennen. Einen KuchenTV kennt man aber so. Ne, und dann denken die sich so, Ja, dann brauche ich das von dem jetzt auch nicht mehr gucken. Also wie gesagt, bei mir ist halt genau das Gegenteil passiert. Ich gehe mal davon aus, dass es halt was mit der Größe zu tun hat. Klar, wenn er jetzt auf richtig kleine YouTuber reagiert oder so, dann kann ich mir halt auch vorstellen, dass das halt schon was bringt. Ähm, aber gerade bei den größeren YouTubern, äh, ja, bringt es den größeren YouTubern normalerweise so gut wie gar nichts. Wirst du ja wahrscheinlich dann auch noch merken, wenn du weiter so steigst, ähm, dass es halt nicht so viel bringt. Ich glaube, bei Firegurten würde es mich jetzt auch mal interessieren, weil der hat ja zum Beispiel auch Beef mit, äh, mit Dings gehabt. Da hat ja, äh, der darauf reagiert, Montana Black, ob der dadurch jetzt irgendwie so krass hochgegangen ist. Ähm. Äh, da, 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 da. Kennst du Can, der Fake nur? Ja, Digga, Can, es gibt einen Can auf der Welt und den kenne ich zufällig. Äh, uh, Bruder, bei dir läuft gar nicht mehr, alter. Wenn du Tipps brauchst, sag Bescheid, minus 5, minus 2 heute. Okay, aber mal gucken, hier. Ich weiß nicht, wann das war, um ehrlich zu sein, ne? Irgendwann aber müsste Anfang April oder so gewesen sein, sehe ich jetzt nicht. Wir können hier nochmal gucken, Daily Subs. Ähm, nö. Also da seht ihr auch, also der hat mit Montana Black, hat der Beef. Okay, Beef natürlich gehabt, okay, aber da ist auch leider gar keiner rübergekommen. Gut, das ist natürlich auch was anderes, weil wie gesagt, Montana Black hat den jetzt eher kritisiert, ne? Traurig, Mann. Boah, hier lief. Und hier lief richtig, Alter, was war da los, ey? 4000 an einem Tag, ey. Da stand hier alles zu Füßen. Okay, machen wir auf jeden Fall das mal. Der Punkt ist, dass er halt unterhält. Kann man jetzt auch bei einer Rebecca Wing sagen. Sie unterhält ihre Zuschauer ja auch. Aber da gibt es einen wichtigen Faktor, den sie nicht hat. Transparenz. Unterhaltung ist prinzipiell immer gut. Aber wenn man seine Zuschauer dabei verarscht und auch... Ja gut, also im Endeffekt kann man halt natürlich nicht garantieren, dass sie halt mein Video gesehen hätten, wenn er die Reaction nicht hochgeladen hätte. Das ist natürlich richtig. Das Ding ist aber, dadurch, dass er halt generell eine größere Grundreichweite hat, das Video ist ja bei mir viral gegangen, bei ihm ja auch. Es hat ja mehr Klicks als bei mir, traurigerweise. Kann man davon ausgehen, dass es halt, dass von YouTube sein Video halt besser gerankt worden ist schon mal als meins. Und wenn seins halt nicht da gewesen wäre, denke ich schon, dass viele Leute eher auf meins gestoßen werden, weil das halt die einzige Möglichkeit ist. Und da gibt es auch nicht den Grund, dass es irgendwer jetzt rumschickt und sagt, guckt dir mal die Reaction von Unge darauf an. Was ist das für ein geiles Video? Gab es bestimmt. 100%ig hat das irgendwer in der WhatsApp-Gruppe geschrieben. Von daher gehe ich davon aus, dass wenn Unge das nicht hochgeladen hätte, selbst wenn es nicht viele Klicks sind, der Algorithmus ist unberechenbar, sage ich mal. Selbst wenn das nur ein paar tausend Klicks sind, kann das schon dafür sorgen, dass man halt viel besser gerankt wird als vorher. Und ja, kann man auf jeden Fall davon ausgehen, dass da mir einige Klicks geklaut worden sind. Traurigerweise. Und ich war, glaube ich, nicht mal verlinkt. Das weiß ich aber nicht. Ausnutz ist es nochmal komplett was anderes. Damit beziehe ich mich auf Inhalte, die versprochen werden, aber nicht da sind, oder Streckungen mit penetranten Werbeunterbrechungen. Macht er nicht. Die Videos sind zwar manchmal über 10 Minuten, aber dann halt auch nicht gestreckt, sondern mit dem versprochenen Inhalt gefüllt. Werbeunterbrechungen sind auch nur ein bis maximal zweimal, je nach Länge, vorhanden. Als Beispiel nehme ich dafür das Video Unge reagiert auf krass Klassenfahrt YouTube-Kacke. 10 Minuten, 30 Sekunden, aber nur eine Werbeunterbrechung. Und bis zum Ende wird Inhalt geboten. Nicht wie bei Epyx dann mal eben 4 Minuten Endcard. Kann ich voll mit leben. Was man aber als negativ ankreiden könnte, wäre die Themenauswahl. Meines Wissens nach reagiert er aber auch meistens auf die Videos, die ihm vorgeschlagen werden. Zum Beispiel oft Gewitter im Kopf. Der Kanal eskaliert ja zur Zeit sowas von. Das Ding ist, dass ich verstehen kann, dass er oft auf die beiden reagiert. Die Videos sind halt einfach verdammt unterhaltsam. Die Zuschauer wollen halt sehen, wie er sich über was kaputt lacht oder wie er zu bestimmten Themen Emotionen abgibt. Das ist, denke ich mal, das Core-Element hinter Reactions. Wie gesagt, man könnte es als negativ aufzählen. Ich sehe das aber eher neutral. So, da ich jetzt die Punkte aufgezählt habe... Ja, also Themenauswahl finde ich jetzt auch nicht unbedingt schlecht. Ich meine, das ist ja genau wie hier. Ich versuche ja auch schon auf was zu reagieren. Natürlich auch, worauf ich Lust habe. Aber auch, was ihr euch gerne anguckt. Ja, und das mit Gewitter im Kopf, muss ich einfach sagen, der geht halt momentan mega ab. Jedes Video von Gewitter im Kopf geht mega durch die Decke. Von daher sehe ich das jetzt auch nicht halt schlimm an oder so. Ja, ansonsten beschäftige ich mich nicht so viel mit Unge. Deswegen, aber negativ würde ich die Themenauswahl nicht sagen. So komme ich zum Schluss-Fazit. Das war jetzt zwar völlig fehl am Platz, aber mir ist gerade aufgefallen, dass ich bis jetzt noch keinen Witz oder irgendwas zum Lachen im Video hatte. Deswegen nochmal das Baby, das noch nicht gelernt hat, wie man mit einem Löffel umgeht. Aber was ist jetzt, wenn keiner drüber lachen musste? Naja, dann habe ich eure Zeit verschwendet und ihr könnt mich dagegen machen. Hast du die Reaction von diesem Matzak über Gewitter im Kopf gesehen? Nee, die können wir uns auch noch angucken. End-Fazit. Man kann zwar kritisieren, dass nicht sonderlich viel Aufwand hinter dem Video steckt, aber das macht sie nicht automatisch schlecht, da sie Unterhaltung bieten, die transparent ist. Es wird niemand verarscht. Die Themenauswahl ist zwar meistens an Trends orientiert, aber das ist nichts, was ich ihm verüble. Ist halt das, was seine Leute sehen wollen. Der wichtigste positive Punkt ist, dass er Leuten passiv damit hilft. Er profitiert von den Videos genau wie auch die, deren Videos geschaut werden. Wenn auch nicht das Video angeschaut wird, auf das reagiert wird, dann halt wenigstens die anderen, die die Kanäle so hochladen. Weil zuvor neugierig gemacht werden und eher dazu tendieren zu abonnieren. Ist es verwerflich, dass er mit Minecraft aufgehört hat? Nein. Wenn er Bock auf anderen Content hat, soll er das ruhig machen. Aufwandstechnisch hat sich da glaube ich nicht viel geändert. Aber falls du das siehst, Simon, kannst du mir ja gerne mal schildern, was mehr Zeit frisst. Ich weiß, die Videos sind Stream-Ausschnitte, aber soweit ich mitbekommen habe, wird da auch noch was zurechtgeschnitten. Deswegen schätze ich den Aufwand ungefähr so ein wie bei einem Minecraft-Letsch. Ungefähr? Zum Beispiel laden die beiden auch ganz gerne mal Reaction-Ausschnitte auf meine Videos hoch. Beziehungsweise bei Tim war es eher Austria, aber ist ja auch egal. Hab ich nichts dagegen. Ich bin, was sowas angeht, aber auch recht liberal. Austria fahrt ein sehr Arbeitsloser. Ich darf meine Ausschnitte immer verwenden, egal wofür. Solange man mich als Quelle angeht, hab ich überhaupt kein Problem damit. Egal ob positiv oder negativ. Danke, Vibegrip für 2 Euro. Vielen lieben Dank dafür. Ich hab mir immer so eine Kanalmitgliedschaft gegönnt. Als kleines Dankeschön dafür, dass er mich supportet. Absoluter Ehrenbruder. Da soll nochmal jemand sagen, Just Nero hasst ja prinzipiell jeden größeren YouTuber. Ich hab ja einige Punkte zu kritisieren gehabt. Auch wenn das halt eher... Gut, ich mein, ich will jetzt nichts sagen, Just Nero, aber wenn du jetzt für 5 Euro da den Sub gekauft hast als Kanalmitglied, dann gehen 2,50 Euro an Google. Das heißt, du hast ihn mit 2,50 Euro unterstützt. Hättest du ihn per Tippi-Stream oder was auch immer ungenutzt, was gespendet, dann hätte er davon 90% bekommen. Aber Google bedankt sich auf jeden Fall auch bei dir. Und wenn er gering zum Lob ist. Das liegt aber nicht daran, dass ich ihn mag, sondern dass er halt vieles richtig macht, was andere, ich guck mir Videos an YouTuber, nicht richtig machen. Und ja, ich hab grad so ein dummes Wort für den Content gewählt, weil mir aufgefallen ist, dass ich zu oft Reaction-YouTuber gesagt habe. Jetzt hab ich's zwar schon wieder gesagt, aber naja. Viele Leute, die sagen, dass er schlecht geworden ist, vermissen wahrscheinlich seinen alten Content oder können mit Reactions nichts anfangen. Kann ich verstehen. Aber man sollte die Entscheidung respektieren, wenn er... Ich dachte gerade, da kommt jetzt die Titanic-Musik in Hintergrund, Alter. was anderes machen will. Ich dachte so, hey, was geht denn jetzt ab? Nach einigen Jahren ist halt einfach mal die Luft raus. Ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr von Unger haltet, was ihr positiv oder negativ an ihm seht und natürlich auch eure Gedanken zu meinen Argumenten. Ich würd mich freuen, wenn da mal eine kleine Diskussion entsteht, da Reactions ja immer ein recht kontroverses Thema wie kann so ein bisschen gelöst sein, Alter. Als Schlusswort. Reactions sind nicht gleich Reactions. Meinungsblogs sind nicht gleich Meinungsblogs und zu 99% unmöglich ist nicht möglich. Merkt euch das verdammt nochmal. Tschüss. Mir fällt gerade auf, dass ich jetzt gar nicht gesagt habe, ob er gut oder schlecht ist. Ihr könnt's doch denken. Ich seh ihn eher als positiv an. Ja, also ich mein, das kann ich eigentlich auch nur so bestätigen, bis auf, dass wir halt in diesem einen Punkt da unterschiedlich denken, was halt die Reichweite angeht. Weiß nicht, bei mir ist das halt einfach anders passiert. Was soll ich dazu sagen? Das sieht man ja an den Zahlen. Wenn's bei ihm geholfen hat, ist das ja auch gut. Freut man sich natürlich auch. Ist halt schwierig, wenn man schon, also ich sag mal so, YouTube-Deutsch, erkennt mich eigentlich fast jeder. Deswegen, wobei einer hat natürlich auch in die Kommentare geschrieben, was natürlich auch stimmt. Es gibt an sich erstmal keine schlechte Promo. Es ist halt immer gut, wenn man in den Mündern der Leute ist. Gerade wenn das der Penis bei Kindern ist. Klar, wenn Unge so ein Reaction macht, dann kennen mich halt einfach mal. Also haben Leute trotzdem dann noch ein bisschen mehr meinen Namen so im Gedächtnis. Das ist natürlich immer positiv. Wenn das dann an der Seite angezeigt wird, dann denken sie sich vielleicht, oh, das ist Kuchen-TV. Naja, ansonsten kann ich das Video auf jeden Fall so unterschreiben. Ich hab auch gar nichts gegen Unge so. Ja, wie gesagt, ich find's halt immer doof, wenn man so sein Content so mehr oder weniger komplett darauf fixiert. So, ne, weil du verdienst halt komplett dein Geld mit den Inhalten von anderen. Aber, ja, so richtig viel dagegen hab ich halt auch nicht so. Und ich finde, wenn halt die Leute, deren Videos gezeigt werden, damit einverstanden sind, dann ist das ja auch komplett in Ordnung so. Ich meine, ich lad ja jetzt auch meine Videos hoch und wenn da einer sagt, nein, dann lösche ich das halt wieder und dann, das ist halt auch kein Problem. Und zu einigen Videos, muss ich auch sagen, finde ich die Meinung von Unge auch sehr interessant. So, das muss man ja auch nochmal sagen. Ähm, ja, also ich würde auch sagen, dass er auf jeden Fall einer der besseren Reaction-Leute ist. Nach Kuchen-TV allerdings. So, 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 so. So, so, Vielen Dank.